Als messenische Kriege werden zwei mit dem Heloten Aufstand von 464 v. chr. drei Kriege bezeichnet welche die griechische Polis Sparta gegen das westlich gelegene Messenin führte. Sparta unterwarf Messenin und helotisierte schließlich die messenische Bevölkerung. Die messenischen Kriege hatten bedeutende Auswirkungen auf die militärische wie soziale Entwicklung der Polis Sparta. Vorgeschichte Sparta wurde um 900 v. chr. durch zwei der ins heutige Griechenland eingewanderten Stämme der Dürer im fruchtbaren Eurotas-Tal gegründet, in dem vier Dörfer der autochtonen Bevölkerung nämlich Limne und Kynosura sowie Mesoa und Pitane erobert und zu einer Stadt vereinigt wurden. Die ansässige lakonische Bevölkerung wurde von den Einwanderern in den Helotenstand gepresst und in der Landwirtschaft eingesetzt, während die neuen Spatiaten eine Herrscherkaste bildeten. Die umliegenden Städte und Gemeinden archäischer und weiterer dorischer Stämme wurden infolge des Ausgreifens Spartas auf der Pelopones unterworfen, jedoch nicht zu Leibeigenen der Spatiaten gemacht, wie es mit den Ureinwohnern Lakoniens geschehen war, sondern zu Periöken, die noch, wie die freien Spatiaten, zu den Leibeigenen gezählt wurden. Im Gegensatz zu den spatiatischen Vollbürgern waren die Periöken jedoch nicht im Besitz des Bürgerrechts. So bestand die Bevölkerung des spartanischen Territoriums aus einem großen Anteil unfreier Leibeigner, einem etwas geringeren Teil freier Periöken und einer geringen Anzahl freier, politisch aktiver Vollbürger. Nach der Gründung Spartas und dem Ausgreifen auf die Umgebung drängten die Spartaner nun Richtung Süden vor, konnten eine alte mykenische Festung, Amyglai, die den Vormarsch blockierte, jedoch erst im 8. Jahrhundert unter König Teleklos einnehmen und eingliedern. Eine Eingliederung des seit dem 8. Jahrhundert belagerten Agus in den Verband der 22 Periökenstädte gelang indes nicht. Sparta und Agus sollten auch für die weiteren Jahrhunderte Rivalen auf der Peloponis bleiben. Auch im gebirgigen Norden der Halbinsel in Akkadien, wohin sich die Urbevölkerung zurückgezogen hatte, konnten die Spartaner keine Gebietsgewinne verzeichnen. Nach diesen Rückschlägen wandten sich die Spatiaten dem Südwesten der Peloponis zu, dem jenseits des Tegetos gelegenen fruchtbaren Messnien. Die messenischen Kriege Erste messenischer Krieg Der erste messenische Krieg dauerte der Überlieferung zufolge ungefähr 20 Jahre und wurde teilweise unter der Leitung des Königsteleklos geführt. Während des Krieges der sich um den Berg Altom konzentrierte auf dem sich die Messenier verschanzt hatten, wurde das fruchtbare Messenien nach und nach von Sparta annektiert und die Bevölkerung tributpflichtig gemacht. So mussten die Messenier die Hälfte ihrer landwirtschaftlichen Erträge an die spartanischen Eroberer abgeben. Sparta praktizierte somit keine Überseekolonisation wie andere Puleis, sondern beschränkte sich weitgehend auf die Binnenkolonisation auf der Peloponis, um den Landhunger der Bevölkerung zu stillen und die wirtschaftliche Basis zu verbreitern. Die einzige spartanische Kolonie in Übersee war das in der Magna Grecia gelegene Tarent. Die Eroberung dieser prosperierenden Landschaft führte zu einem Anstieg des spartanischen Reichtums. So konnte mehr Land an die Vollbürger ausgegeben werden, die sich nun vermehrt anderen Dingen wie der körperlichen Ertüchtigung widmen konnten. Deutlich zeigt sich die Prosperität Spaters in der steigenden Anzahl spartanischer Olympioniken und in der Errichtung neuer Tempelanlagen und dem Ausbau älterer Architektur. Zweite messenischer Krieg Nachdem die Spartaner im Jahr 669 v. c. h. r. eine Niederlage gegen die Ageier erlitten hatten, fühlte sich die im Ersten messenischen Krieg unterworfene Bevölkerung zu einem Aufstand gegen die Neuen Herren ermutigt. Nach der blutigen Niederschlagung des messenischen Aufstandes wurden fünf messenische Städte zu Periökenstädten erklärt, die ein weitgehend konstantes Territorium behalten durften. Die restliche Bevölkerung wurde helotisiert und mit dem Land, das sie bearbeiteten, mit Hilfe von Landlosen unter den freien Bürgern, den Spartiaten aufgeteilt. Da sich mit der endgültigen Unterwerfung und Helotisierung Messeniens die landwirtschaftliche Basis des spartanischen Staates nun vollends von den leikdämonischen Spartiaten auf die messenischen und lakonischen Heloten verschoben hatte, musste erneuten Aufständen oder gar einem Abfall der versklavten Gebiete vorgebeugt werden. Diese Vorbeugung führte zur bekannten und wortwörtlichen spartanischen militaristischen Ausrichtung des spartanischen Staates und seiner Vollbürger. So beteiligten sich die männlichen Spartiaten nicht an der landwirtschaftlichen Nutzung. Die ihnen zugewiesenen Höfe wurden von den Spartiatinnen verwaltet und von an das Land gebundenen Staatssklaven, den Heloten, bewirtschaftet. So blieb den männlichen Vollbürgern genug Zeit für körperliche Übung und militärischen Drill. Auf diese Weise sollte erneuten Aufständen vorgebeugt die Niederschlagung derselben vereinfacht und die Auswirkungen gering gehalten werden. Die Militarisierung Spartas sowie die Ausrichtung des Staates und der Kunst auf die Hobliten-Schicht führten bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts zu einem vermehrten Abflachen der nach dem Zweiten Messenischen Krieg eingesetzten Prosperierung von Kunst, Kultur und zwischenstaatlichem Austausch und Engagement. Fremde wurden immer weniger gern in Sparta gesehen und auch die feinen Auswüchse von Kunst und Kultur verkümmerten und richteten sich auf das, militärisch gewünschte, wie Kampfgesänge aus. Dritte Messenischer Krieg oder Helotenaufstand im Jahr 464 v. v. chr. wurde Lake Dämonien von einem schweren Erdbeben erschüttert und die Polis Sparta stark zerstört. Die darauf folgende Konfusion und Schwächung des Lake Dämonischen Staates nutzten die unterdrückten Heloten Messeniens im Jahre 464 v. chr. zu einem Aufstand um das spartanische Joch abzuschütteln. Die spartanischen Streitkräfte hatten große Schwierigkeiten den Aufstand unter Kontrolle zu bekommen. Eine Einnahme Spartas konnte zwar verhindert werden, doch gelang es den Aufständischen, sich ähnlich wie im 1. Messenischen Krieg auf dem Bergeitom zu verschanzen und so den Spartiaten standzuhalten. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Eindämmung des Aufstandes schickten die Spartaner 463 v. chr. Eine Gesandtschaft nach Athen um dort militärische Unterstützung zu erbitten in Athen lenkte während dieser Zeit der Sparta freundlich gesinnte Kimon die Politik des Stadtstaates. Kimon zog daraufhin im Jahr 462 v. chr. Mit einem Kontingent Hobliten gehen Sparta um militärische Hilfe zu leisten. In Lake Dämonien hatte sich die militärische Situation während des Zeitraumes 463 halbe jedoch zugunsten der Spartaner gewandelt und die spartanische Elite fürchtete die Zunahme demokratischer Anschauungen in Lake Dämonien aufgrund der Anwesenheit der athenischen Verbände. So wurden Kimon und seine Hobliten schnellstmöglich wieder zurück nach Athen geschickt. Dies wurde von Athen natürlich als außenpolitischer Erfolg gewertet und belastete die Beziehungen zwischen den zwei Poleis und den sich entfaltenden Machtblöcken des Peloponesischen Bundes und des Seelisch-Attischen Seebundes, welche bald darauf im Peloponesischen Krieg aufeinander prallen sollten. Siehe auch, Pentekontetti Kapitel 1,13 Peloponesischer Krieg